Die alte Nationalgalerie ist ein Kunstmuseum in Berlin. Das zwischen 1867 und 1876 erbaute Gebäude gehört zum Ensemble der Museum Sinsel, die von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde. Das von Friedrich August Stühler geplante und von Johann Heinrich Strack vollendete Gebäude steht stilistisch zwischen dem ausgehenden Berliner Spätklassizismus und der beginnenden Neorenaissance. Das Äußere des Museums blieb im ursprünglichen Zustand erhalten, während die Innenräume mehrmals bei Renovierungsarbeiten und Umbauten verändert und den Anforderungen der Ausstellung angepasst wurden. In der alten Nationalgalerie werden Werke des Klassizismus, der Romantik, des Biedermeier, des Impressionismus und der beginnenden Moderne ausgestellt. Die Zusammlung der Nationalgalerie Berlin gehören. Lage Die alte Nationalgalerie bildet zusammen mit dem Alten Museum, dem Neuen Museum, dem Bode-Museum, dem Pergamon-Museum, dem Berliner Dom und dem Lustgarten den Komplex der Berliner Museumsinsel. Sie liegt in der Mitte der Insel, zwischen den Gleisen der Berliner Stadtbahn und der Bode-Straße, am östlichen Ufer. Im Norden schließt sich das Pergamon-Museum an, im Süden das Neue Museum, das Alte Museum und der Berliner Dom. Gebäude Das Gebäude der alten Nationalgalerie vereinigt architektonische Elemente verschiedener Gebäudetypen. Die Giebelfassade und die umlaufenden Halbsäulen sind einem Tempel entlehnt. Das monumentale Treppenhaus einem Schloss oder Theater und die angehängte Absis einer Kirche. In dieser Kombination sollte das Gebäude architektonisch die Einheit von Nation, Geschichte und Kunst verdeutlichen. Die alte Nationalgalerie war früher ebenerdig über eine Kutschendurchfahrt zu erreichen und über die Freitreppe. Auf der Freitreppe befindet sich das Brosse-Reiter-Standbild Friedrich Wilhelms IV., mit den Sockelfiguren Religion, Kunst, Geschichte und Philosophie. Gegossen 1886 von Alexander Calandrelli nach einem Entwurf von Gustav Blaeser. Das Sockelgeschoss sorgt mit der ersten Ausstellungsetage im rustizierten Sockel für die gewünschte Höhenwirkung des Tempels. Über dieser liegt die zweite, noblere Ausstellungsetage. Dieses wird an der Fassade durch aufgesetzte Halbsäulen angedeutet. Zudem haben beide Etagen hohe Fenster, die ebenfalls die Fassade mitprägen. Das dritte Ausstellungsgeschoss ist hingegen nicht an der Fassade zu erkennen. Durch eine Glasdecke erhält diese Etage Tageslicht. Die Fassade und die Außentreppe bestehen aus Nebrier-Sandstein, die Kolonnaden aus schlesischem Sandstein und Elbsandstein. Geschichte Vor Geschichte Bereits 1797 hatte Friedrich Gehli einen Tempel mit Kolonnaden für ein Denkmal zu Ehren Friedrich des Großen geplant. Damit beeinflusste er allgemein die Architektur in Berlin und speziell die seines Schülers Karl Friedrich Schinkel. Dieser träumte davon eine Gruppe von Tempelbauten in einer Landschaft zu realisieren. Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, der Architekturschüler und Gesprächspartner Schinkels war, fertigte davon inspiriert erste Skizzen an, die die Grundlagen für das Gebäude der alten Nationalgalerie bildeten. Die ersten Ideen, eine Nationalgalerie einzurichten, entstanden um das Jahr 1815 und verstärkten sich in den 1830er Jahren. Sie beinhalteten jedoch kein eigenes Gebäude. 1841 kamen die ersten konkreten Pläne auf die Nationalgalerie einzurichten, wurden in der Folge jedoch nicht verwirklicht. In diesem Jahr gab es auch einen Plan durch Friedrich August Stühler, der nördlich des alten Museums einen Tempelbau vorsah. Er geriet jedoch nicht über die Vorstufe hinaus und wurde nicht weiter konkretisiert. 1861 starb der Bankier Joachim Heinrich Wilhelm Wagner. Er hinterließ eine umfangreiche Gemäldesammlung als Schenkung an den König Wilhelm I. von Preußen, verbunden mit dem Wunsch. Die Sammlung solle ungetrennt erhalten und hier in Berlin in einem geeigneten Lokale aufgestellt und allen Künstlern und Kunstfreunden stets zugänglich gemacht werden. Wilhelm I. nahm die Schenkung an. Damit war der Grundstock für die Ausstattung einer Nationalgalerie vorhanden. Wilhelm I. ließ nun in der Tradition seines Vorgängers den Schüler Schinkelz, Friedrich August Stühler, weiter an den Plänen arbeiten. Die Gemäldesammlung Wagner wurde einstweilen bis 1876 als Wagenersche und Nationalgalerie in den Räumen der Akademie der Künste unter den Linden. Der Öffentlichkeit gezeigt Planung und Bau des Museumsgebäudes. Friedrich August Stühler begann 1862 mit den Planungen des Gebäudes der Nationalgalerie. Die Planung Stühlers beinhaltete 1862 noch die Akademie der Künste und Künstlerateliers. In der Folge wurden die Pläne weiter überarbeitet, jedoch waren in ihnen schon die Grundzüge des später verwirklichten Gebäudes zu erkennen. Dieses sollte vor allem eine Galerie beherbergen, in der zeitgenössische Kunst gezeigt werden sollte. Zwei Jahre später legte Stühler den dritten Plan vor, der auch genehmigt wurde. 1865, nachdem Stühler verstorben war, wurde dieser von Karl Busse weiter in den Details ausgearbeitet. Stühler und, nach dessen Tod, sein Nachfolger Johann Heinrich Strack planten viele der Details des Bauwerkes in großer Ausführlichkeit. So wurden beispielsweise bei der Planung des Gesims die Profilierung, die Wirkung von Licht und Schatten, das Volumen, die Linien, das Material und die Farbe sehr genau aufeinander abgestimmt. Die Ausführungszeichnungen geben dabei jedes Maß und auch die Fertigungstechnik an. Ein weiteres Beispiel für die genaue Planung sind die Türen, welche von Etage zu Etage variierten. Das Türblatt und die Laibung wurden mit vielen kleinen Elementen variiert, auch wenn es nur Entwürfe für sekundäre Räume des Museums waren. 1866 gründete sich nach einer königlichen Kabinettsort die Kommission für den Bau der Nationalgalerie, welche den Bau begleiten sollte. Nachdem ältere Baulichkeiten, die sich auf dem Gelände befanden, darunter das alte Orangeriehaus und das sogenannte welpische Badehaus abgetragen worden waren, Er folgte 1867 die Grundsteinlegung und damit der Baubeginn. Der Bau fand unter der Leitung von Johann Heinrich Strack statt. Der Dachstuhl wurde 1872 vollendet und der Innenausbau begann. Die Eröffnung des Museumsgebäudes fand am 22. März 1876 im Beisein des Kaisers statt. Das Gebäude wurde aufgrund der modernen Eisenkonstruktionen und gemauerter Decken als feuersicher gelobt. Zusammen mit der großflächigen Dachverglasung, die erst seit kurzer Zeit möglich war, bildete das Museum den Stand des bautechnisch Möglichen ab. Erste Sammlungen als erster Museumsdirektor hatte 1874 Max Jordan sein Amt angetreten. Zur Eröffnung im Jahr 1876 war die Nationalgalerie nur mit relativ wenigen Werken ausgestattet. Den Grundstock bildete die Sammlung des Bankiers Joachim Heinrich Wilhelm Wagner, bestehend aus 262 Gemälden deutscher und ausländischer Künstler, die zuvor in den Räumen der Akademie der Künste untergebracht war. Neben der Gemäldesammlung Wagners wurde anfangs nur eine Kollektion von Kartons von Peter von Cornelius gezeigt, die dem preußischen Staat hinterlassen worden waren und die dieser nun würdig unterbringen wollte. Der Auftrag der Nationalgalerie bestand darin, moderne anfangs hauptsächlich preußische Kunst zu sammeln, da Berlin zu diesem Zeitpunkt über kein Museum für zeitgenössische Kunst verfügte. 1896 übernahm Hugo von Schudi als Nachfolger von Max Jordan das Amt des Museumsdirektors. Schudi erwarb impressionistische Kunst für die Nationalgalerie. Dabei riskierte er den Konflikt mit dem Kaiser, da die Ausrichtung der Nationalgalerie auf deutsche Kunst damit aufgehoben wurde. Nachdem Ludwig Justy 1909 Schudes Nachfolger geworden war, erweiterte er die Sammlung um expressionistische Kunstwerke. Die moderne Kunst stellte Justy nach der Novemberrevolution im Kronprinzenpalais aus. Seither wurde zwischen der Nationalgalerie und der Nationalgalerie zwei unterschieden. Zeit des Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Nach der Machtergreifung Adolf Hitlers im Jahre 1933 wurde Ludwig Justy als Direktor der Nationalgalerie abgesetzt. Ihm folgte Eberhard Hanfstengel, der bis 1937 den Posten inne hatte. Auch er plante weitere Museumsumgestaltungen und ließ mehrere Umbauarbeiten durchführen. Sein Nachfolger war Paul Odwin Rafe, der bis 1950 Direktor blieb. Als im September 1939 der Zweite Weltkrieg begann, wurde die Nationalgalerie geschlossen. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude der Nationalgalerie durch Bombenangriffe, Beschuss und Erdkämpfe gegen Kriegsende schwer beschädigt. Es ist bis heute nicht geklärt, welche Kunstwerke in dieser Zeit zerstört wurden und welche als Beutekunst in die Sowjetunion gelangten. Die Museumsinsel lag nun im sowjetischen Sektor Berlins. Nach Kriegszeit und deutsche Teilung schon 1945 gab es erste Bemühungen, Geld für den Wiederaufbau des Gebäudes der Nationalgalerie zu erhalten. Justy übernahm 1946 als Generaldirektor die Leitung der ehemaligen staatlichen Museen. 1947 begannen die Entrümmerungsarbeiten, 1948 der Wiederaufbau. Im Jahre 1949 konnten zuerst in der Nationalgalerie Teile eines Gebäudes der Museumsinsel wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Bis 1955 waren alle Schauräume wieder aufgebaut. In ihnen wurden die Kunstwerke des 19. Jahrhunderts zusammen mit zeitgenössischer Kunst ausgestellt. Die übrigen Wiederherstellungsarbeiten am Gebäude konnten bis 1966 abgeschlossen werden. In dem Spionagefilm Der zerrissene Vorhang des Regisseurs Alfred Hitchcock wurde das Museumschauplatz einiger wesentlicher Szenen, allerdings lediglich als Attrappen, da man keine Drehgenehmigung erhielt. Im Zuge der deutschen Teilung wurde auch die Sammlung der Nationalgalerie entsprechend den Auslagerungsorten zwischen Ost und West geteilt. So wurden bedeutende Werke in West-Berlin anfangs in der Orangerie des Schloss Charlottenburg und ab 1968 in der neuen Nationalgalerie ausgestellt. Einem Neubau des Kulturforums Berlin 1986 wurde ein Teil der Ausstellung als Galerie der Romantik in das Schloss Charlottenburg verlegt. Nach der Wiedervereinigung nach der deutschen Wiedervereinigung wurde die zuvor zwischen Ost und West aufgeteilte Sammlung wieder zusammengeführt. Die Werke aus dem 19. Jahrhundert kehrten auf die Museumsinsel zurück. Die zuvor in Ost-Berlin liegende Nationalgalerie wurde nun alte Nationalgalerie genannt. Die neue Nationalgalerie im ehemaligen West-Berlin war bereits 1968 eröffnet worden, obwohl seit den 1980er Jahren geplant war es zu DDR-Zeiten nicht zur nötigen Generalinstandsetzung gekommen. Nur unaufschiebbare Arbeiten und kleinere Restaurierungen waren durchgeführt worden. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurden die bereits existierenden Planungen zur Generalsanierung 1990 einer Revision unterzogen und in die Überlegungen über ein Museumskonzept aller staatlichen Museen zu Berlin mit einbezogen. Sie wurden größtenteils bestätigt, jedoch den modernsten technischen Möglichkeiten angepasst. Im folgenden Jahr wurde die äußerste Dringlichkeit der Sanierung festgestellt. Ab 1992 wurden Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten außen am Gebäude vorgenommen. Die Neugestaltung des Eingangsbereichs, der Einbau zweier Seele für die Werke von Kaspar David Friedrich und Karl Friedrich Schinkel sowie die Integration der nach heutigem Stand. Erforderlichen Haustechnik waren die wichtigsten Aufgaben im Rahmen der Generalsanierung, für die der deutsche Architekt H.G. Merz verantwortlich zeichnete. 1998 schloss das Museum für die Arbeiten im Inneren des Gebäudes. Am 2. Dezember 2001 wurde die alte Nationalgalerie als erstes Gebäude der Museumsinsel wieder eröffnet. Von 2003 bis 2009 leitete Bernhard Merz die Galerie. Ihm folgt ab 2012 Philipp Diemann als Leiter des Hauses. Sammlung Die alte Nationalgalerie zeigt die wichtigsten Werke des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung der Nationalgalerie Berlin. Hierzu gehören Werke des Klassizismus und der Romantik, des Biedermeier, des französischen Impressionismus und der beginnenden Moderne. Zu den wichtigsten Werken gehören unter anderem Friedrichs der Mönch am Meer, Menzels Eisenwalzwerk und die sogenannte Prinzessinnengruppe. Ein Doppelstandbild des Bildhauers Johann Gottfried Schadow. In der dritten Etage findet man unter anderem das ebenfalls von Schadow geschaffene Marmorne Grabmal des Grafen Alexander von der Mark von 1790, das sich ursprünglich in der Dorotheen-Städtischen Kirche in Berlin befand. Nachdem die Kirche im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war, wurde es von deren Gemeinde der alten Nationalgalerie als Dauerleihgabe überlassen. Punkt 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 Ausstellungen Mit 245.694 Besuchern war die Ausstellung Impressionismus Expressionismus Kunstwende im Jahr 2015 die erfolgreichste Schau, die jemals in der alten Nationalgalerie veranstaltet wurde. Mit 245.694 Besuchern